Gute Freunde, herzlich willkommen zum neuen Livestream. Ja, was denn? Wie war euer Tag so gewesen, Leute? Was hab da so getrieben? Sagt an, was ihr für Schweinereien gemacht habt. Was ging bei euch heute so ab? Warneinige von euch heute wieder in der Schule? Phantom King, vielen Dank für den 2 Euro per Super Chat. What the fuck schreibt er. Sehr gut, Schule. Wie lange hast du vor, dass das stimmt? Keine Ahnung. Heute wieder das erste Mal in der Schule. Und wie war's, Jamie? Was habt ihr so getrieben? Das Ding ist immer noch gleich, wa? Ja. Nichts besonderes. Mir geht's gut, Arian und hier. Geh morgen in die Schule, okay. Ich werde wahrscheinlich morgen auch wieder mal mit meinem Rad schnappen und auf Arbeit fahren. Kein Bock mir hier rumzugammeln, eh. Ist voll nervig. Super, super ätzend. Ich hab Bock auf eine Singleplayer-Mission. Irgendwie ist alles ekelhaft. Abfluss können wir machen. Das wäre zumindest eine einfache Mission. Auf Platz rückwärts. Phantom King, sogar willkommen mit dem Mini hat das sogar eine Subscription. Vielen Dank mal lieber. Das sind 3 Euro von dir diesen Monat. Vielen, vielen Dank. Was mich erfreut. Abfluss rückwärts ist natürlich Schwachsinn, weil es ist einfach genau das gleiche. Ja. Musste heute seit 8 Wochen das erste Mal wieder in die Schule. Ja, wie war es denn so? Gut eigentlich. Ich war auch in der Schule gegangen. Wie geht es? Zumindest gut, Sandy. Ich habe heute auch noch mal keine Ausdruck haben bekommen und muss morgen wieder zur Schule. Ja, es wird sich hoffentlich wieder einen geregelten Rhythmus einfahren. Das finde ich ganz cool. So grundsätzlich. Du hast eine coole Stimme. Danke dir, Flavio. Naja, den habe ich noch gar nicht hier gesehen. Ich habe es zumindest. Du meinst zumindest. 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 Ach Gott. Naja. Versuch es nochmal. Ich gebe dir noch einen Versuch. Abfluss auf Chimps, so schwer ist das echt nicht. Na. Okay. Na gut. Abfluss auf Chimps ist halt... Ja, wie würde man das dann machen? Ich würde wahrscheinlich in Chimps eher auf die mittleren Magier setzen. Aber ich glaube, dann hat man verloren gleich am Anfang. Weil dann muss ich ein Erzmagier hier hin machen. Und ein Apache Prime. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Aber hey. Erstmal machen wir hier ganz entspannt. Rückwärts. Hey Robert Heimer, ich habe meinen Cousin in den Kanal gezeigt. Da hat sich direkt abonniert. Danke dir, Thavis. Dieser Stand da mitglied. Weil der gute Phantom King willkommen bei Mini Hunter geworden ist. Falls du das meinst. Die Tisch haben alle geklebt wegen dem Desinfektionsmittel. Also normalerweise klebt Desinfektionsmittel nicht, sondern macht alle sauber. Eigentlich dürfte richtig gutes Desinfektionsmittel nicht kleben. Ich weiß nicht, was ihr da für ein Zeug bei euch in der Schule benutzt habt. Das ist auf jeden Fall kein ordentliches Desinfektionsmittel gewesen. Hey Togo Geilo. Gibt es heute auch Coop in der Logo. Mein Lieblingsherr ist Benjamin. Ich vermisse Schule. Ich vermisse mein Büro. Das werde ich morgen wieder sehen. Vorher mal habe ich da mal wieder ein bisschen schöne Bewegung. Zwölf Kilometer Fahrt hin. Entspannt, gechillt arbeiten im Büro. Wenn ich mal wieder die Kollegen sehen. Einige, die zumindest da sind. Und zwölf Kilometer wieder zurück. Dann falle ich am Abend einfach nur ins Bett. Ich habe Bomben am Wasserfälle auf halbes Geld schon gespielt, Sandra. Ich weiß nicht, ob es da vorhin ein Video gibt. Musst du mal gucken auf meinem Kanal. Einfach nach halbes Geld suchen. Nur Bomben am Wasserfälle. Aber ich gucke mal nach, weil es kann sein, dass es vielleicht noch nicht öffentlich ist. Und der Desinfektions riecht nach Alkohol mit Kirsche. Wenn du das nach Alkohol riecht, ist halt normal. Da ist halt Alkohol drin. Zum Desinfizieren. Ähm, Bonbon, Wasserfälle. Halbes Geld kommt am 25. Mai. Das heißt, zwei Wochen musst du dich noch gedulden. Tut mir leider leid. Tatsächlich ist mal wieder meine Taktik verwenden. Wobei erstmal hierhin ist okay. Aber es sollte klar sein, dass die allergrößte OPs auf dem Web ist so. Ja, finde ich auch. Aber ist da teuer. 28.2, wobei es geht eigentlich, so 36.000. Geht schon, geht schon klar. Wieso willst du eigentlich hier den Bombentum? Weil ich kein Fan vom Bombentum bin. Wenn du ihn magst, darfst du ihn gerne benutzen. Das ist meine letzte Woche in Homeoffice. Meine hoffentlich auch. Aber leider habe ich die Vermutung, dass das nächste sein wird. Aber naja. Hey, Gamer. Ab nächster Woche gibt es virtuellen Unterricht. Das heißt, der Unterricht wird gefilmt. Während ihr da seid oder nicht? Oder seht ihr trotzdem alle zu Hause? Meine Schwester hat gerade gesagt, dass du ob-tach-los bist. Ah ja. Interessant. Wie kommt deine Schwester dann darauf? Hast du sie geärgert? Was ist denn ein bisschen ärgerlich? Hast du dir gemobbt? Typisch. Typisch, äh, Lord. Na, dich kenne ich doch, Lord. Hast bestimmt deine Schwester wieder geärgert. Dass du sowas zu mir sagst. Ich muss wieder herhalten, weißt du? Für eure Geschwisterkämpfe. Ich? Ich habe gar nichts getan. Ja? Und dann kommt deine Schwester und sagt, ich habe kein, 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 kein Zuhause, weißt du? Das, das verletzt mich. Das ist wirklich, das verletzt mich, ja. Hast du vor, mit Mördern die Mitte zu sprengen? Also ich hoffe nicht, dass ich meinen Ninja, meinen Ninja ermördere. Das wäre irgendwie ein bisschen traurig. Deswegen hat er doch eine laufende Interverbindung mit Psychotherapeuten und allem, haha. Ja, Psychotherapeuten? Verstehe ich nicht. Was hast du heute so gemacht? Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, war topmotiviert. Ich konnte es gestern schon gar nicht erwarten zu arbeiten. Also wirklich, ich bin ja so ein Arbeitsziel, erkennt mich ja. Und ich habe heute neuneinhalb Stunden gearbeitet und muss leider aufhören. Also ich wollte, weil ich auch keine Lust mehr hatte. Aber irgendwie, dass ich mich ein Rechner ausgemacht habe, dachte ich mir, okay, jetzt bin ich an meinem Rechner. Und nun, auch kein Bock. Nur wie doof, na gut, dann fange ich morgen wieder um 6 an. Oder morgen stehe ich um 6 auf. Bin um 8 Uhr auf Arbeit. Entspannung, ein bisschen zu Hause rumchillen. Und dann, ja, schauen wir mal. Ein Teil ist in der Schule und ein Teil sitzt zu Hause und guckt im Unterricht. Das ist ja voll, würde mich ja voll, voll nerven. Als dortiger Schüler. Was mich da jederzeit mit mir beobachtet. Ich bräuchte mir ein bisschen Schaden, oder? Könnte vielleicht nicht schaden. Schaden können nicht schaden. Entweder ist das der Platz der Lübse oder rückwärts. Rückwärts ist es. Nach Platz der Lübse würde ich kein Geld nach der Runde kriegen. Könntest du da oben auch mal gucken. Jetzt habe ich Geld bekommen. Über was redet ihr? Ich habe keine Ahnung, habe vergessen. Wer kennt denn nicht die Obdachlosen-Streamer? Ist so. Jedes Mal in Berlin, wenn ich durch die Straßen laufe, sehe ich die Obdachlosen mit ihrem Rechner da rum sitzen. Die streamen, wirklich. Das ist unglaublich. Es gibt eine richtige, richtige Straße, eine Obdachlosen-Straße, wo nur Streamer sitzen. Voll heftig. Habe ich auch schon gesehen. Das ist ein total krasses Phänomen. Hey, Tobias, komm jetzt mal, ne? Doch, der Ninja muss Bomben leider aushalten. Ne, der weicht ja aus. Der hat Dodge-Rate von 100%. Was machen die Obdachlosen mit diesem Kreis da? Das ist Bluton im Reaktor. In diesem Kreis schädigen Sitambloons. Also enttarnen Tarnbloons, zerstören Metall und haben eine unnötige Platzkraft. Das heißt, das ist Affenobolos mit einer der stärksten Türme, die es überhaupt gibt in dem Spiel. Habe ich Bock drauf, nochmal zu maximieren. Das könnte man in Chimps übrigens auch machen, wahrscheinlich, oder? Das ist bestimmt mega heftig, weil du hier einfach 50 Milliarden Platzkraft hast. Das ist so übel. Welche Abwarten, die die meiste gesammelte Expedition? Der ist U-Boot. Wenn du ohne 4 schwerer ist, das ist bei Chimps. Ja, ist so. Nee, Chimps hat gar keine Runde 4. Du wohnst in Berlin? Ich wohne in Berlin. Bitte was, obdachloses Streamer? Ja. Wieso machen die das? Ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die kein Geld. Verstehe ich auch nicht. Die haben zwar so ein Alienware-PC da stehen, weißt du? Und eine richtig dicke Greenscreen, so ein Greenscreen mit richtig dicker Beleuchtung. Also richtig krasse Stromfresser. Aber wir haben ja mal kein Geld für eine Wohnung, ne? Das ist halt so. Ihr kennt sie nicht. Bei mir stand, dass du nichts Chimps, aber dann klicke ich auf den Profil und auf einmal das Chimps zu. Da, geil, YouTube. Deswegen sage ich immer wieder, kommt auf meinen Discord-Server. Dort kündige ich es an. Guckt euch diesen Dämmit an, das ist so lächerlich. Da kommt nicht ein einziger Blue durch. Das ist so abartig. Sitzen die Leute mit dem scheiß Internet in den Koop, die Obdachlosen. Ah, jetzt haben wir es verstanden, Leute. So, so. Merkt man, dass das Ubel gut ist, sonst hättest du nicht 3 Millionen XP. 3? Ich bin bei 17 oder so. 17,5 Millionen erfahren. Easy. Zwei Tage hintereinander, BTE 6. Schön, dass ich das nochmal erleben darf. Ja, ich habe irgendwie Lust. Weiß zwar nicht warum, aber ich habe einfach Lust. Ich habe auch keine Lust auf andere Projekte der Zeit. Also, ich hätte so viele andere Spiele, die ich noch spielen müsste im Stream auch. Also, richtige Live Let's Place. Aber irgendwie ist mir gerade nicht danach, muss ich gestehen. Ich möchte was Farbefrohes haben. Alle Spiele, die ich habe sind so ein bisschen düster. Das dem deprimiert mich. Das mag ich gerade nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass man Chips auf 97 fällt. Entweder man schafft 96 oder 97 Barthes gewonnen. Ja, es ist eher 98 geschafft und 99 ist am Start. Und gegen die Werde, die es hier ist, kann man nichts machen. Das kenne ich auch öfters. Chips, wenn ich einfach als Platzhang fährt. Ja, sowas sagt, der denkt nicht richtig nach. Einfach aus Logikgründen kann nichts einfacher, nichts schwerer sein als Chips. Weil du überall woanders Insta-Affen benutzen kannst. Du kannst überall woanders Continuous benutzen. Und sonstiges, ja. Nichts, nichts auf der Welt in diesem Spiel ist schwerer als Chips. Und immer wieder diese Leute, ich finde Platzkonzenten eigentlich voll schwieriger. Oder halbes Geld ist voll schwierig. Finde ich voll schwieriger als Chips. Ja, aber aus logischer Sicht funktioniert das schon nicht, Leute. Ich habe kein Lieblings-Map Tobias in dem Spiel. Tatsächlich nicht. Findest du Stryker Jones oder Pep besser? Na ja, gar nichts vor beidem. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Pep benutzen. Kannst du ein Geldglitch finden? Btl6, na ja, logisch. Ich mache mich auf die Suche und frage einfach mal in der nächsten Ecke den Affen, wo er ein bisschen Geld verloren hat. Sowas kann man nicht finden. Als ich mal Chips gespielte, habe ich genau dieselben Tower wie Durepress. Und auch so, er gab es, dass ich die wegen dem ersten Blackwater bekam. Kein Ding. Kein Ding, Bro. Kein Ding, Digga. Alter. Bro. Digga, Freund. Kein Ding. Wir sind übrigens gleich Level 151. Bald haben wir es, Leute. Das geht immer viel zu schnell, die Mission. Das waren gerade mal 13 Minuten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.